Ich bin YouTuber KOMSLP, spiele Hearthstone und leite Closed Beta, damit sie die besten Karten, die man ohne Pay-to-win haben kann. Es gibt also keine Person, die für dieses Turnier besser geeignet wäre als ich. Wenn ihr also die Eier in der Hose habt, gegen den Besten zu spielen, dann nehmt mich in das Turnier. So Leute, das war die Herausforderung von KOMSLP. Jetzt beginnt das wahre Spiel und mal gucken, ob KOMSLP weiterkommt. Leider muss ich euch sagen, dass ich die letzten beiden Aufnahmen, also jetzt diese Aufnahmen und die nächste, ohne Ton machen musste, weil das Aufnahmeprogramm sich verstellt hat und das habe ich erst nach der Aufnahme bemerkt. Also denkt dran, immer erst die Aufnahmeprogramme prüfen, bevor ihr eine Aufnahme startet. Ja, tut mir leid, aber das macht nichts. Bei so einem Kartenspiel schaut man eh eher auf die Karten als auf die Gespräche, obwohl die Gespräche waren auch eigentlich sehr interessant. Aber kann man nichts machen. Ja, mal gucken, ob KOMSLP weiterkommt. Wenn ja, hat er noch eine Chance auf seinen Gewinn. Wenn ihr wissen wollt, wie das ganze Turnier aussieht, dann schaut mal auf unser Erklärungsvideo ganz am Anfang an. Dann wisst ihr, was los ist. Falls ihr teilnehmen wolltet, also an Hearthstone gibt es keine Teilnahme mehr, aber wir werden danach ein anderes Spiel auswählen. Und da gibt es eine, wie geht es wieder ein, könnt ihr euch wieder anmelden. Ihr könnt ja jetzt schon unter dem Video schreiben, welches Spiel ihr gerne hättet, an welchem Spiel ihr sogar teilnehmen würdet. Und wir überlegen uns natürlich nochmal die Preise und ob wir dieses Spiel dann auswählen. Also viel Spaß und bye bye. Bis zum nächsten Mal.